Guten Morgen, es ist Mittwoch, Mittwoch der 14. Ich war gerade laufen. Ich habe nur nachgeguckt, ich war am 28. September das letzte Mal laufen. Und jetzt gestern das erste Mal wieder und heute gleich nochmal zur Strafe. Ich dachte erst es war da, aber als ich in der Laufung schon gemerkt habe, das ist nicht so weit wie ich dachte. Aber für den Anfang reicht es. Es sind 5 Grad. Ich habe Feuer gemacht. Das Feuer ging wieder aus. Ich habe nochmal Feuer gemacht. Was? Habe ich verkauft oder echt? Wer hat hier total verwöhnend eine neue Kirschsuppe für mich? Kirschsuppe, wie geil ist das denn? Wir proben es jetzt schon gut für den Tag. Das ist schon mal lecker. Es hat wirklich den ganzen Nachmittag geregnet und regnet jetzt immer noch. Irgendwann heute Nacht soll es aufhören. Naja, es war ein entspannter Tag. Morgen gleich einen Zahnstermin. Nur durchchecken. Sollte eigentlich auch dabei bleiben. Hoffe ich. Toi, toi, toi. Hier kommt es. Und ja, mal schauen. Wenn das Wetter morgen Nachmittag ein bisschen besser ist, fahren wir vielleicht nachher wollen. Also ich und meine Schwester mal schauen. Lass uns überraschen. In diesem Sinne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.